Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, beim neuen Feuerfahren. Bayon2Soul ist jetzt hier stehen geblieben, wir waren ja obdachlos und haben beim Kinderkriegen geholfen. Ich bin auf jeden von euch wirklich stolz darauf, jeden von euch kann es jetzt auf die Schulter knopfen. Heute ist der offizielle, ich bin so stolz auf mich, ich darf mir einen Schnitzelbraten-Tag. Das heißt, ihr könnt jetzt alle in die Küche gehen, auf Stop drücken, euch einen Schnitzel machen. Wenn ihr keinen Schnitzel habt, dann, keine Ahnung, holt euch ein Steak, wenn ihr kein Steak habt, dann holt euch Cheaps. Egal, irgendwas zum Essen auf jeden Fall, weil ihr alle so... Ich hab geschwitzt und ihr so, oh, oh, Kinderkriegen, yeah, und ich so, wuh, und, und, und... Danke für eure Hilfe. Brennst du? Habt ihr es beim Schnitzelkochen versaut, Leute? Habt ihr die Schnitzel zu langen? Leute! Ich erzück, ihr sollts kochen! Nichts anzünden! Oh, goddammit! Goddammit! Okay, ausstehen, ausstehen, ausstehen! Fuck, es brennt! Okay, was mach ich? Was mach ich? Open! Oh, dammit! Ah! Es brennt! Fuck! Oh mein Gott, es brennt! Oh, wo sind meine ganzen Leute? Meine Homies! Meine Homies! Meine, meine, meine Penner Homies! Aufwachen, aufwachen! Was denn? Es brennt! Oh Gott! Es brennt, Stan! Es brennt, Stan! Es ist hier über den Flur. Jimmy und Huste und zwei sind da oben. Los, raus hier! Ich hol sie! Nein, nein, nein! Ich komm mit dir! Nein, ich hol sie! Ich mach das! I got this! Ich bin die Supergirl! Ich bin die Magierin! Aber... Los, raus mit dir! Verpasst nicht! I got this! Warum brennt das eigentlich? Waren das die Typen? Waren das die Typen? Waren das... Rauf! 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 Leer upstairs! Waren das... Nein, nein, nein! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Ja, jetzt! Richtige Richtung! So! Waren das die Typen? Haben die... Haben die, was mich... Die, was ich zusammengeprügelt habe, haben die vielleicht angezunden? Das kann schon sein! Ich komme schon! Ich komme schon! Wohin? Ja, wo seid ihr? Oh da, Prince! It doesn't look so gut! Was da vorne ist? Da waren wer drin? Ich komme schon! Ich komme schon! Oh fuck! Oh fuck! Da hat der Boden gekackt, oder? Es war ein Stein! I don't know! Okay! Open! 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 Open that shit! Ich helfe dir doch schon! Ja, ja! Ich komme schon! Ich komme schon! Jimmy! Jimmy! Hilf! Ich komme schon, Jimmy! Spring! Jetzt spring, du Penner! Nein! 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 Ich kann die jetzt übernehmen, oder wie? Du wirst springen. Wenn ich dir sage, du wirst springen, dann wirst du springen. Genauso, wenn ich sage, du wirst jetzt aufessen. Dann wirst du aufessen. Tom! Yes. That's my boy. That's my boy. Was war das? Ah, ich habe das gemacht. Kein Ding. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich mache. Ich mache schon. Ich mache schon. Verpiss dich. I got this. I got this. Ellie, links. Links. Was ist das für eine blöde Fucksteuerung? Ja, geil. Okay. Über das Fenster. Über das Fenster. Ah, die Steuerung ist jetzt urbehindert irgendwie. Okay. Okay. We got this. You got this. My friend is by my right. Oh, fuck. Ich bin alleine. David. Holy moly. Ellie, 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 Ellie. Da bin ich gut. Im L1-Rick bin ich gut. Da bin ich gut. Wenn es eine Weichwahlschaft in meinem 1-Rick gibt oder den X-Rücken. Ich mache damit. L1. Ellie. Okay. L. L. Ja. Und jetzt. Yes. Komm, jetzt nimm das Baby und raus mit dir. Beim Fenster. Geh gleich beim Fenster. Da war eine Feuerleiter. Verpiss dich. Ganz ehrlich, sie hätten auch mal Fenster untertöpfen können. Das ist nicht hoch gewesen. Schnee war auch. Schnee dämpft ein bisschen. Nicht gut, aber ein bisschen. Open. Jetzt mach doch. Achso, ich muss mit ihm. Oh, komm. Komm. Nein, jetzt geh. Komm jetzt. Nein, du wirst nicht sterben. Ich bin doch bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Mein kleines Mädchen. Jetzt geh raus. Wir haben etwas zu tun. Du musst mir vertrauen. Was ist das? Oh ja, Feuer. I protect you. I protect you. Dump, 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 dump. Marschiert durch. Der Weg ist frei. Dein Baby lebt noch. Keine Sorge. Ja, einen kann die Weine noch einhauen, oder? Der Weg ist frei, meine Leute. Folgt dem Port Gottes. Sehr gut. Okay. Cry me a river. Okay, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Runter. 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 Le Downstairs. Das ist fortöhnlich heißt runter. Komm, 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 komm. Oh, fuck. Ja, ich komm schon rüber. Ich kallt. Okay, schnell raus hier. Kein Ding, ich mach das. I got this. Ich bin schon groß. Ich bin schon groß. Oh, fuck, es brennt. Ah, es brennt. Mir brennt der Arsch. Warte, kann ich mein Fenster raus? Nope. The wrong way. So, jetzt. Okay, ich muss da irgendwo, wo kann ich... Rauf ist die blöde Idee. Aber es geht nur rauf, hab ich das Gefühl. Okay. Wir können nur rauf. Das ist kacke. Aber was soll ich tun? Mir bleibt nichts anderes übrig. Verdammt. God damn it. What? Okay, 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 okay. Okay, okay. Es muss... Oh, holy moly. Jump, Jody, holy moly. Okay, oh. Yes. Damn, 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 damn. Woo. Ausgewichen. Oh mein Gott, bin ich gut. Au. Ah, das war der Knöchel. God damn it. Jump. Jump vor Frau Meyers Penis. Frau Meyers hat ja gar keinen Penis. Ja, was mache ich jetzt? Hilf mir, Aiden. Okay. I don't care. Hüpf! Okay, warte. Oh, Aiden macht das jetzt. Ich dachte, ich muss was machen. Wie ist er, Goku? Wie ist er, Goku? Jody. Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Zoe. Wie geht's, Zoe? Gut. Sehr gut. Wie konnte das Feuer ausbrechen? Das waren sie in die... Ich wusste es. Ich wusste es. Call me Sherlock. Geh da, geh da, kann ich schau'n. Die Penner. Jetzt töt' ich die alle. Ganz ruhig, Kackegeladen. Komm, komm, ich schieß'n. Okay, dann komm, bloß weg. Jetzt spring, fünfmal. Ich bin egal zu Shepherden. Sag, mach... Ah. Ich bin egal zu schwierig. Es ist egal zuلي. Wir brauchen Dauerstoff. Nein, ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Jodie, nein. Bitte, bleib bei uns, Jodie. Bleib bei uns. Ich wusste, dass die Penner noch, dass das die waren. Was ist denn das da? Oder war ich keiner, oder? Das ist gut auf dich auf, Jodie. Ich weiß nicht, dass dir was passiert. Ist es so, wenn man stirbt? Das ist ja voll von Arsch. Ich habe es mir eigentlich viel schöner vorgestellt. Und das Licht. Ich gehe ins Licht. Ist es so, wenn man stirbt? Ich will nicht sterben. Bin ich tot? Wenigstens funktioniert der Fernseher im Himmel. Oh damn it, was? Ich kann es steuern? Ich gehe drauf zu. Oh, das ist creepy. Wenigstens funktioniert der Fernseher im Himmel. Aber das Fernseherprogramm ist auch scheiße. Das ist doch die. Das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Lasst mich sehen. Ganz kurz. Aber sie ist mein Baby. Bring sie mir. Ich habe es mir überlegt. Ich will mein Baby. Ich will sie sehen. Bitte, bitte lasst mich zu ihr. Ist das so wie, ist das so, wenn die Jodie nicht da gewesen wäre? Ja, die Frau. Warum zeigst du mir das? Kann das sein, wenn die Jodie nicht gewesen wäre, dann wäre das so passiert? Ist sie meine Mutter? Oder ist es die Mutter? Nee, das sah aus wie die... Das könnte die Mutter sein. Ich dachte auch immer, vielleicht ist es die Mutter. What the hell? Das ist ein interessantes Fernsehprogramm. Was? Die Zukunft sieht aber scheiße aus. Muss ich dem... Den Dings da nach? Ich muss den... Ich muss den... What? 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 Warum habe ich keine Ahnung mehr? Ah, ich bin da. Hallo. Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr her. Oh, ich muss aufstehen. Okay. I got this. Raus damit. I don't like it. Ich hasse spritzen. Ich bin nicht tot. Ha ha ha. Hat der Mann gehabt, ich bin tot. Puh, stupid. Also sie hat es anscheinend überlebt. Aber warum haben sie ihre Haare geschnitten? Das macht irgendwie für mich jetzt keinen Sinn. So, wie spielt ist es? Ah, 9 Uhr. Fernsehprogramm ist schon vorbei. Fuck. Hätten sie mich auch früher wecken können. Okay, warten aufs Klo. Le, le, I have to piss. Oh, okay. Oh, Gehirntraum habe ich. Oh, da sind die Männer in schwarz. Sie sind immer scheiße, Leute. Oh, 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 oh. Scheiße. Okay. Ich bringe sie zu ihr. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Okay, tu machen. Okay. Okay, hier trauen wir vielleicht, hatte ich eine Hinderoperation. Deswegen habe ich keine Haare. Ich will dir alles erklären. So, warte mal, kann ich das Foto mitnehmen? Okay, okay. Fuck, was mache ich? Ich muss aus dem Fenster. Ich muss aus dem Fenster. Ich muss raus. Ich muss raus. Leute, ihr müsst seid raus. Sonst sind wir im Polizeirevier. Und darauf habe ich keinen Bock. Die schnellen erfragen, das Essen ist doch kacke dort. Ich vermute das. Ich weiß das jetzt nicht. So oft war ich noch nicht im Gefängnis. Ha. Fuck the police. Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fensterhaus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Leidet auf dichter Tisch. Vielleicht war ich nur unter dem Bett. Ha, 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 ha. Diese, diese Löhmel. Oh, damn it. Ich bin schon wieder im Wald. Also, irgendwie, irgendwie mag die, die. Mag ich den Wald. Ist das in Ordnung? Ma'am? Hat er mich jetzt... Okay, komm. Der Typ, der weiß doch, dass ich gesucht werde. Der Typ weiß das. Die erste Nacht. Oh. Wie das klingt. Oh, da bin ich wieder ein Baby. Wie ein kleines Kind. Hallo. Oh, da haben mich die Eltern ins Weißenhaus gebraucht. Das ist der Tag. Sie haben sich doch entschlossen. Ja, eh klar. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Lass sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Das ist für ein scheiß Vater. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jodie, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Jetzt ganz ehrlich, die lassen das Kind gleich alleine? Was sind das für Betreuer? Wo ziehe ich mich um? Das ist ein Kind. Du kannst dich von einem Kind erwarten, dass es sagt, okay, gute Nacht, bis morgen. Ganz ehrlich, da setzt man sich noch hin und reden und keine Ahnung und setzt sich ins Bett und erzählt eine Geschichte. Irgend so was. Aber alles ist besser, einfach das Kind reinzutreten und sagen, wenn was ist, ruf uns. Wir sind gleich bei dir. Gute Nacht, tschüss, bis morgen. Ich muss noch ins Stripclub. Ganz ehrlich, that's it. Ach komm, das ist doch kacke. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Ja, die wollen mir auf den Private Part schauen. Pah, beim kleinen Kind. Jö. Oh, Hello Kitty, bescheid mal, war ich daheim vergessen. Fuck. Ah, dammit. Warte mal, kann ich ins Bar zurück? Ich habe vergessen, abzuwischen. Warte. Was haben wir hier? Oh, nothing. Nix. Warte, kann ich einen Seifenspender ruinieren? Das wäre lustig. Kann ich pissen auch? Nee, oder? Pissen kann ich sicherlich nicht. Kann ich mir in den Spiegel schauen? Hände waschen kann ich, oder? Oh, damit da kommen wieder die Monster vielleicht, oder? Okay. Egal. Egal. Wir gehen raus. Wir gehen schlafen. Hat sich wenigstens die Zähne geputzt? Das ist so, wenn ich keiner war, ich habe das gehasst. Ich meine, na gut, da hat man doch noch die ersten Zähne. Aber als Kind mag man das überhaupt. Fuck you, no? Ich wollte noch Poker spielen. in der Runde Poker spielen. Okay, gut nach. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Mit mir kann man es ja machen. Ohne Decke? Bunnyknuffel, wo ist mein Häschen? Oh, das Häschen. Bunnyknuffel? Was ist das für ein Name? Ehrlich? Ich hole noch meinen Bunnyknuffel. Take my... I wanna take my Bunnyknuffel back. Bunnyknuffel back. Bunnyknuffel back. Bunnyknuffel. 50 Cent, wenn du das schaust, du kannst gerne Remix rausmachen. Kein Problem. 50 Cent. Wir sind auf einer Welle. Okay, I take my Bunnyknuffel. A Bunny, Bunnyknuffel. Oh, und ein Flashlight. Wohin ich eine Taschenlampe? Für was? Die Taschenlampe, wie groß ist die denn? Die ist ja größer als meine Hand. What the fuck? Warte, ich muss noch in die Küche. Ich habe noch Bock auf Eier. Speck und Eier. Ah damn it, ich habe mir gar nichts hier. Und das ist nicht gerade so irgendwie, wie ich es mir bei einem Kind vorstelle. Beim Kind stelle ich mir schon ein bisschen andere Einrichtungen vor. Nicht so. Da, 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 da. So. Bunnyknuffel ist ja unheimlicher als die Monster. Puh. Ohne Decke? Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Good night, Jodie. Warte. Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich kriege sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Good night. Ah gut, wenn ich sind die da nicht. Nacht. Aber wenn ich ihn betreibe, ich hätte mich hingesehen, ich hätte geredet, wie sie geht. Und ich so reinstoße und fuck you, good night. Keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Wer macht den Bunnyknuffel bei uns? Okay. Ich drehe mich nach... Rechts. Ah, dammit. Das ist doch scheiße. Ich drehe mich nach links. Ich habe nicht mal mein Kissen mit. Also mein Polster. Das ist so... Ich brauche mir den eigenen Polster. Also Kissen auf... Ich kann nicht schlafen, Aiden. Polster ist es auf Österreichisch. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Ja. Genau. Ja, das Kind braucht eine Geschichte. Obwohl ich mochte auch keine. Ah. Okay. Ich kann jetzt... Hä? Was muss ich jetzt machen? Ha, 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 ha. Aha. Okay, ich kann jetzt was an die Wand projizieren. Ist das so? Oh, ein Elefant. Da geht ein Elefant. Und da kommt der Jäger und töte den sofort. Hey, das war die blöde Geschichte. Mir fällt keiner ein. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Oh, ich kann jetzt in die Bette geschauen. Was ist da? Oder PC. What the hell? Was passiert hier? Da ist was faul im Stadt Dänemark. Was ist das? Oh. Das Basketball von letztem Mal. Ah, dammit. Was geht hier vor? Okay, okay, ich hole Hilfe. Warte, ich habe gesagt, nehm an, sie nehm an, haben sie gesagt. Da, hey, Penner, du sollst nicht schlafen, du sollst mir helfen. Dude, wach auf da. Ich werde ganz vergewaltigt. Hilfe. Kann ich die Tür aufmachen für sie? Jetzt komm. Jetzt mach die Tür auf. Mach doch. Mach doch die Tür auf. Oh, Piste, du Penner. Lass sie in Ruhe. Geh weg. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. I protect you like, mein linken Hohen. Geh weg von hier. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Aber tu nicht weh dabei. Mach die Kacktür jetzt endlich auf. Oh, Piste, jetzt hit it all. Ja, hab ihr geil gemacht. Habt ihr, hat sie gut beschützt, ihr Penner? Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Ihr habt... Ja, da... Weißt du? Ja, wir sind nebenan und... Und wenn was ist, dann wir helfen dir. Habt ihr gut gemacht! Ganz ehrlich, das ist ja... Tolles Kinderheim. Da pennt ihr auf, sie an nebenan und ich kann machen als Aiden, was ich will. Das ist schwachsinnig. Wie andere Mädchen, das ist nächstes Kapitel. Ich bin nicht wie die anderen Mädchen. Ich habe einen unsichtbaren Freund mit dem ich rede. Und jeder glaubt, ich bin dumm, aber die anderen sind dumm. Ich bin nicht dumm. Ich hab Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Joanie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum hundertsten Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. What the fuck? Ist sie gerade in einer Phase? Ist sie jetzt in der Punk-Emo-Phase? Und natürlich hat sie Konverse an. Um das Geschehen komplett zu machen, gibt ihr Konverse und... Was ist los? Ah, ich bin ein Rebell. Ah, wo ist die Pumpkin? Jeder Emo hat eine Pumpkin. Nein, nee. Oh, ich sollte jetzt keine blöden Emo-Witzchen machen, gell? Aber es fällt zu schwer. Okay, stellen wir auf. Dammit. Goddammit. Okay, jetzt habe ich kurz geweint. Ich kann gut Schaus spielen. Oh, das ist ja noch immer mein... Das ist ja noch immer dieselbe Wohnung. Ich mache mir erst mal Eier. Ich mache mir doch keine Eier. Eier sind zu Mainstream. Was nehme ich da? Oh, ich kann Gitarre spielen. Ein Gitarre-Spiel ist auch Mainstream. Oh, jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Metal for Life, Motherfucker. Gib ihr! I'm gonna kill you! Happy Metal! Happy Metal! Yeah! Was ihr was born? Metal is not dead! System of a doubt! Slipped at Metallica! Alle cool! Nur ich bin besser! Ach komm. Das ist doch ein bisschen peinlich. Ja, fuck it! So machen das alle Rocks. Sie haben dann die Gitarre irgendwo hin und mach sie kaputt. Und sie selber wissen nicht warum. Das ist immer alles witzig. Cole! Okay, ich mach Cole. Cole! 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 Hey, komm jetzt, Cole! Cole! Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein! Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern! Es geht nicht, Prinzessin, so sind die Regeln! Überzeugen! Bitte! Komm schon, Cole! Bitte! Bitte, lass mich raus nur einmal! Wieso musst du denn Nathan alles verraten? Das ist ja Vertrauen, Missbrauch! Es tut mir leid, Prinzessin! Hallo, Penn! Aber ich kann nicht! Ich kann da nichts machen! Wir werden da schon einen Weg rausfinden! You can't do shit! Ich habe meinen coolen Freund Aiden hier! Und der wird, der, der, wenn ich, der wird euch, wenn ihr im Klo seid, das Klo up hier stehlen, wenn ihr, wenn ihr blöd seid! Und was macht ihr dann? Wenn ihr keinen Klo up hier habt! What the fuck? Ja, der, 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 jetzt hast du den Polkstabend gegeben! Ah! Okay. Ja, der, oh, ist das eine Xbox? Na, dann ist ja halbschlimm. Da kommt der Nerd raus, gell? Ja, 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 ja! Oh, was ist das? Ah, nee, okay, oh, da sieht es aber, da sieht es aber unaufgeräumt aus! Ich zertrete die Toilette! Das mache ich! Und ich habe keine Angst davor! Weil ich so hart bin! So, was haben wir noch hier? Ah, jetzt gehen wir zum Aiden! Jetzt machen wir coole Sachen! Heu, 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 heu! Puh! Hey, und da... Nein, ich bin sauer! Ich bin sauer! Ich bin sauer! Du wirst schon sehen, Kamera, kann ich Kamera kaputt machen? Nein! Aber mir nicht! Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen! Ja? Weißt du, was du machen? Ich werde zu ihm gehen! Wo ist er? Da ist er! Der, der, Dude! Er telefoniert gerade! Jetzt werde ich ihn übernehmen! Ich habe mich nicht beruhigt! Du gehörst mir! Aufstehen! So! Jodie, du bist frei! Jodie, ich wünsche dir einen schönen Tag! Nur versprich mir eins, werde nicht schwanger! Es tut mir so leid, Cole! Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ja! Ich will... Ich muss heute mal hier raus! Okay, Cole! See you later! Hehehe! Jetzt geht's los! Habt ihr Bock auf Party? Habt ihr alle eure Lieblingsoutfit angezogen? Ja? Okay, dann... Jetzt geht die Party los! Ja, dann! Gehen wir gleich durch die Tür! Oh, der Cole geht mit mir mit! Warum? Oh, vielleicht muss er mal aufmachen! Oder ist der Aiden noch drin? Oder muss ich ihn so lange übernehmen? Muss ich ihn so lange übernehmen, einfach nur? Kann auch sein! Ah, damn it! Kann er das auch noch? Hat er eine K... Ah! Er kann natürlich! Er... Er hat die Karten! Hier heißt die Skills! Gepär da, Cole! That's my... That's my... Äh... That's my card! That's my card! Ich habe auch ne... Vorteilskarte! Ne Bildervorteilskarte! So! I'm breaking out! Kann ich raus? Wer brav mitgeht! Der ist mein Hund! That's my dog! Okay! Aber dass ihr keine Kameras seht und so! Oder vielleicht denken sich die Anwärter nichts dabei, weil eh der Typ da ist! Könnte auch sein! Weil die denken, okay, die ist unter Aufsicht! Die ist ja gar nicht so... Hallo Cole! Jodie! Heyo! Bisschen spät für den Ausflug, eh? Cole hat gesagt, ich darf! Dawkins? Ich mache Dawkins! Ähm... Ja, er war gerade am Handy! Und ähm... Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das wie so ein Geistesblitz von ihm und... Also, er braucht mich für das neue Experiment, aber... Ich weiß echt nicht... Ach, diese Wissenschaftler! Die schlafen einfach nie! Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluppt? Hm? Wie Cole und ich habe meine Wette am Laufen! Er darf nicht rennen! Schlechte Laune! Äh... Er ist echt mies gelaunt! Ich... Er hat heute... Noch kein Wort gesagt! Äh... Er ist... Er ist wohl heiser! Ich glaube, es ist... Ein Virus oder sowas! Das ist mehr als... Die kann nicht gut lügen! Das ist mehr, als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang! Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel! Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst! Wäre besser für uns alle! Aber er ist irgendwie dumm! Der checkt es nicht! Ciao! Ciao! We are going! Jetzt geht's schon! Ja, wir... Bitter uns auch! Ey, das... Das glaubt! Das glaubt er nicht, aber ich! Das ist witzig! Wäre cool, wenn wir mit dem Cole in die... In die... In die... In die... In die... Party machen! Ja, weiß er, wo das Auto ist, oder wie? Ah, cool! Wir sind draußen, Leute! Kameras überall! Ah, die... Ich verschwinde schnellstens von hier! Naja, gut, das ist egal, ob du jetzt eine Sekunde im Tag bei der Kamera bist oder den ganzen Tag! It doesn't matter! So! Oh, komm jetzt! Natürlich muss er aufmachen! Muss ich jetzt alles machen? Klöklü? Kommt jetzt dieses... Klöklü? Jetzt ins Auto und... Ich hab ja dieses typische Geräusch erwartet! Okay! Ab ins Auto! Du kannst nicht fahren! Bist eine Frau... Oh! What? Ne! Frauen können natürlich auch fahren, bevor jetzt wieder zurückkommen zu Feministinnen und... Du kannst auch ein Auto fahren! Das war ein Scherz! Okay! Okay! So! Ist genau dasselbe geschieht, wie wenn alle Männer in Not gehen! Oh! Verdammt! So! Man kann mich von draußen noch sehen! Hey! Fuck it! Los geht's eigentlich! I don't give a shit! Ich weiß nicht, wie es geht, okay? Hat sie gesagt, man kann mich von draußen noch sehen? Hey, Kohlkumpel! Hast du frei? Ja, Kühlkirch hab ich frei! Fagen so blöd! Jodie? Ja! Hallo! jetzt kaum machen scheiß was er nicht machen soll I don't give a shit good boy hab ich verharrt? fuck hab ich verharrt? wahrscheinlich scheiße wollte noch Party machen ach so cool du pisst dich jetzt einfach und lässt ihn da stehen das ist schon witzig das ist cool okay see you later warte mal in den Wald wo ist denn der Wald? rechts oder links? okay ich lass dich mal im Wald stehen da runter? ne ne da ist die Leitplanke wo ist das Auto? wo ist das Auto? da hinten ist das Auto wo ist der Wald? I want forest warte da 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 okay okay so ab in den Wald mit dir such einen Kobold oder einen Troll oder sowas wird schon witzig werden also ich hab noch nicht so viele Trolle gesehen dann würd ich aber blöd schauen wenn auf einmal ein Troll da wär oder sein Kobold mit einem Top voller Gold und die anderen müssen schon reingegangen sein das ist der Part das ist der Place to be hier da geht die Party ab Happy Hour Monday, Friday 5 PM 8 PM 2 Dollar Cocktail oh das ist spielig 2 Dollar ein Cocktail muss kostet ein Dollar ein Cocktail 7 Euro oder so das sind ca 8-9 Dollar schätze ich Hallo Hallo Boys WTF Hallo ich bin Münderjährig was mit euch brauche gar nicht so blöd schauen oh da keiner da da ist ja richtig Party hier ist ja cool hier ist ja awesome wette ich zu mich seit sichtlich wer hat immer diese Männer äh hier als 12 21 wie ich ich schau mit 21 nicht so aus du du baggerst mich nicht an und du auch nicht das trinken wenn ich aufstehen jetzt träg mal Schlot jetzt träg mal jetzt ruter damit so das ist ein Sprite wahrscheinlich oder so also ok das ist komisch dass die sowas bestellt das gibt es hier Bilder ok wir können flippern wir können flippern komm lass uns bitte flippern bitte flippern bitte flippern oh flippern ja 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 oh yes so ganz ich kann nicht oh Gameception ich zocke in einem Spiel also ich spiele in einem Spiel Zocception oh yeah oh ich habe immer so gerne flippert Leute flippert man heute noch I don't know bing 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 hi score oh yeah ach komm der Typ ach komm mach mich nicht an hat er gerade Schätzchen gesagt ja ok sicher oh ich werde so ohne Leute oh das freu ich mich schon so die will natürlich der will nur sehen wie ich mich nach vornpunke hat der Schwein habe ich doch schad Leute ikit 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 er grinst nicht so blöd ah ja ja fuck you ich werde dich schon ohne I'm release the kraken scheiße ich habe doch nach vorn gedrückt ach komm das ist blöd was machst du hier dann machst du alleine das ist scheiße das war mir lieber wie ein Ackron äh Lüge nichts besonderes ja nur normaler samstagabend zudem werde ich nicht ehrlich sein ganz ehrlich nicht und meine Ficke oh da will er sie beeindrucken uuuh ha du Noob hat nicht gezogen du Penner natürlich ah so schlecht tja so schlecht ah ja mal bist du nicht ein bisschen jung um hier rumzuhängen äh gibst du ein alter Schild du bist zu alt ich bin 21 95 ach so das war ne Lüge fuck ich bin 95 sieht man nicht hab ich gut gehalten ach schau wie sie schauen oh diese Lustmolche wow da geht er down ne tja gekauft ist ihm gekauft wissen deine Eltern Bescheid verpiss dich was ist von mir Lüge ich lüge nur an ich mag den Typ nicht klar die haben mich hergebracht und sie kommen dann sie müssten bald wieder hier sein ah die Eltern kommen bald wieder dann ist mit 21 vielleicht noch mit einem Freund nach Hause völlig besoff ne das macht man nicht Leute vor oh jetzt haue ich in meiner rein oh jetzt haue ich in meiner rein jetzt haue ich in meiner rein verpiss dich du Penner what the fuck was ist mit euch jetzt seid ihr behindert wer ist da sind die behindert ich hau nicht ein Konrad ein Konrad kill you was kann ich noch machen was kann ich noch machen oh kann ich mich töten auch endlich ist mit euch Zeit um zu töten ganz ehrlich und kamerabanger was kann ich noch kaputt machen ich werfe alles auf euch yes yes das war Hedgehog das war ein Hedgehog und die Gitarre war jesslich hahaha so was noch was noch was noch was kann noch was komm komm gib mir noch gib mir mehr yes komm komm noch was noch was noch was noch ich mag ihn weg ich mag ihn weg schießen ja ich bin Gott call me go yes das was euch gebürt ne 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 komm kann ich kann ich kann ich töten ich bin töten you are mine now you said meins ihr gehört zu mir jetzt komm ich muss ihn doch bestrafen ja oh was kann ich machen was kann ich machen oh komm ich kann übernehmen jetzt hat er alle einen rein das wäre oh ich hab drauf gewartet yeah oh fuck das hätte ich nicht machen sollen ne 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 ich mach das nicht aber jetzt sei auch schon egal ich muss es machen ich will nicht oh David jetzt ist hier eine Mörlerein oder die haben sich selber getötet das muss ich Jodie mein Gott was ist mit dir Jodie was ist denn passiert ich wollte nur ausgehen und ein einziges Mal wie die anderen sein ich weiß ich weiß es ist okay es ist okay es ist okay okay das war für diesen Part wenn es euch gefallen hat geht mir da machen würde ich sehr freuen ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag das war gerade heftig awesome dass ich da jetzt die gekillt habe ich weiß nicht ob ich das hätte machen müssen ob das irgendwelche Konsequenzen hat aber ich war in dem Moment so sauer auf die Typen und dachte ich okay fuck it ansonsten ich hoffe es hat euch gefallen drei und ich hoffe dass die Länge so okay ist also freu mich dass ihr noch tun schaut obwohl viele anderen fertig sind ich glaube oder fast anderen Seite rein zu WTF ist treu sind die großen Wagen da vorne ja ich seh sollten wir dich vielleicht umsdrehen oh holy holy wo ist er da hinter dir okay okay einmal dafür Sternenschauen ist Sternenschauen paar Mal das ist jetzt nicht nur okay ich geh ins Haus rein so komm mit okay Dominik ich nehm doch auf ich nehm doch damit nein Dominik ich steh mal auf Dominik lass mich leben du kriegst nichts mehr zu essen bei mir ich schwörs dir Dominik ich muss doch aufnehmen du kannst mich doch nicht gleich killen jetzt nimm doch die